Präpositionen 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 Heute sprechen wir über temporale Präpositionen und zwar vor nach und seit Alle diese drei temporale Präpositionen verlangen Dativ Zum Beispiel Vor der Arbeit trinke ich einen Kaffee. Nach dem Unterricht gehe ich spazieren. Seit einem Monat lerne ich Deutsch. Wir haben dann Konjunktionen wie bevor nachdem seit oder seitdem Mit diesen Konjunktionen können wir temporale Nebensätze finden. Zum Beispiel Bevor ich in die Arbeit gehe trinke ich einen Kaffee. nachdem nachdem ich mit dem Unterricht fertig bin gehe ich spazieren. Seit ich Deutsch lerne oder seitdem ich Deutsch lerne gefällt mir gefällt mir diese Sprache besser. Sie können mehr Deutsch bei Opportunity Center lernen. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.